Ich finde jetzt, als der Wind nachgeschaut hat, sollte man das Teil einfach trennen lassen, oder? Diese besserwisserischen Basler... Haben Sie nichts mehr Gescheites zu tun, ihr Arschlöcher, ihr verdammt? Ist es wirklich so, der Böge kann das Jahr gar nicht angezündet werden? Ja, es ist eine Tragödie, ja, es ist wirklich so, das haben wir noch gar nie gehabt. Aber jetzt ist es Teil der Schweizer Realität. Dabei waren alle parat für die Böge-Abfackelten. Die Bratwolle sind ein bisschen Brat, aber wir müssen es ohne Brat. Ohne was? Ohne Brat. Die blöden Bassersdorfer müssen dann auch noch ihren Diversity-Böge anzünden, obwohl... Dieses Jahr war er eben eine Frau. Trotzdem nervt es und es kommt noch dicker für die Stadtsürcher. Wie viele Minuten hat es gebraucht? 3 Minuten und 13 Sekunden. Das war ein richtiges Highlight. Ja, es war einer der schnellsten Böge, die wir zu Bassersdorf jemals hatten. Das tut sehr, sehr weh. Es gibt einen heissen Sommer. Ja, ja, dreamer. You dream, du. Unsere Magdi sollte auch Recht behalten, denn schon am Tag darauf... Verwachen Zürich heute mit verzuckerten Dächern und Strassen. Scheisse. Aber was machen die Zürcher nach dem Böge-Fail? Am Abend wieder zurück, fein gehen wir zu Nacht essen und dann gehen wir weiter. Andere Zünfte gehen dissen. Gehen dissen? Was heisst das? Ja, das macht man einfach so. In der Zünfte geht man rum und disst ein bisschen andere Zünfte. Andere Zünfte dissen? Gibt's bei denen überhaupt was zum Dissen? Das ist schwierig. Die Gastkantonler aus dem Ausserodischen kennen keine Scham und dessen gleicht die ganze Zürcher Zunftwelt. Weisst du eine Blondine zwischen zwei Zunftmeister? Well? Ganz sicher die Schläuste. Der Böge wird ja nächstens doch noch abgefackelt. Einfach im Kanton Appenzell Ausseroden und das ist... Ausser-Rodendlich. Hat's den Gastkanton Appenzell Ausseroden zumindest schon erfüllt. Die Bögeverbrennung im Appenzellischen würde es noch ausser-rodendlicher machen. Für Tele Zürich vom Sechseleutenplatz Oliver Speiser. Wenn's läuft, dann läuft's einfach. Der Haupt, der die melon von Sechseleuten 내일 wurde.